Hey Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Aniroy P. Ihr heißen euch willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Hallöchen. Ja, was ist denn beim letzten Mal passiert? Wir sind wieder zurück in den Abfluss gegangen. Und haben einen Tod gerettet. Der offensichtlich viel zu Dohofer und Material geholt hat und dann verloren hat. Ja. Und jetzt haben wir die sogenannte Super-Sau-Kraft. Ja. Und ich habe eine Idee, wo wir das am besten testen können. Gut. Und deswegen ab zum Aufzug und auf zur Etage 4. Ja. Warte. Nein. Nein. Du dreckiges Schiff, du. Ich bin noch kein dreckiges Schiff. Ja. Ja. Konzertbereich. Weiter dann ehlisch auf uns. Ja. Und ich werde ganz schön zeitverschränken, wenn du mich fragst. Ich glaube, es gab sogar noch links in dem Raum. warum was aber den einen typen dann auch alles weiter was soll ich da ja da ja jetzt hinter das wieder durch lasse ich nicht entkommen dann kommt mir meine tür auf hier war ja gewalt ja mein juwel aber immer jetzt ganz schön am biblia ich höre sogar meinstagsstatt irgendwie war der einzige wo ich glaube ich glaube es ist wirklich da drin am stärksten stimmt ich bin dieses hotel ich sehe ihn ja wo ist er mit der düsterlampe anleuchten und dann an der zunge ziehen nur mit der düsterlampe wir haben ein buch gefunden ohne radar jetzt nicht gedacht ja gut okay haben wir noch mal jetzt gesehen aber dafür sind wir nicht angekommen ja wir müssen in den kunden in die große konzerthalle was ist das phantom der opa oder der phantom der geister ich habe eine idee alter und ja was genau ich glaube wir sollten erst die geiste besiegen bevor wir hier richtig loslegen können übrigens könnte es auch länger länger diesen schlager nicht aufmachen ja ja ich bin einfach auf den drauf einmal mehr kann man jetzt schlagen glaube ich mein gott darum ist ein werfer ja schon so tot am boden liegt ich habe beide vielleicht nur den kleinen der wirft donuts und croissants auf mich croissants ich habe anderen dicken mit einem dicken erledigt das ist noch ein werfer ich habe den anderen einprügeln für sich so schön ist es nicht ist er sich herzerwärmend nein du besterben du bist keine gute ballerina okay so hier haben wir sie drücke x auch gott und jetzt wird jetzt geht es ab ja kauf und zerstörung maximale energie jetzt alle die einsaugen kommen ja ich weiß ich wusste genauso dass du kannst dich auch bewegen aber kann sich auch ein stück bewegen solange du noch in der reichweite von der steckdose bist ja das ist so übel aber auch so cool ne ja mach alles kaputt lass nix am leben schön wir sind zerstörung ne ja ja wenn du abbrechen möchtest du drücke einfach b war ich das einfach geisterorchester besiegt jetzt guck mal an wo wir jetzt rauskommen hast du den fernseher aktiviert auch gar nicht gedrückt nein na jetzt müssen wir ja noch nix auf jetzt gehen wir durch jetzt kommen wir nach oben ein rabatt richtig na film steckt konzert bereich juwene komplett dieser dieses konzert stinkt äh buh scheiße ne ne nein geh da nicht rein nein also auf er ist der killer wer ist der killer ich war ich war noch nie in der oper ich auch nicht doch einmal äh was wie warum wie war es da weiß nicht alle haben gesungen aber merkwürdig wir sind mit der schule irgendwie gegangen und irgendwie haben alle angefangen zu lachen als wir auf einmal gehört haben wie einer angefangen hat zu singen weil wir dachten haben wir irgendwie so ein normales theaterstück auf einmal so wow was ich würde niemals ich würde niemals in die oper gehen es wäre selbst für mich und mich niveaulos der vogelfänger ist glaube ich der vogelfänger ja das ist irgendwie seltsam können wir jetzt hier weiter äh ja wir können jetzt in die strandbar gehen wir gehen in die strandbar standbar louis der vogelfänger der wenn ich bist du luigi mario ich bin luigi mario oder bist du mario mario ich bin luigi mario ich bin luigi von mario ich habe glaube ich zweimal gesehen und ich war nicht beide mal mal scheiße wir müssen irgendwie eine spezialsteckdose finden könnte eine sein ich habe schon gewonnen ja und jetzt das meine augen alles in meiner näher auf auf den teppich da unten so ein bisschen live haben so ein staubsauger ja der sogar ganze schiffe kaputt machen kann ja ja also auch den teppich da aufzusaugen da hat sie gesehen wenn man so ein staubsauger will ich auch da kommt man selbst in die kleinsten ecken ein ja kein staubkorn ist sicher ich glaube auch kein ganzes haus ist sicher ich wusste ich muss nur irgendwie genau das sache nach deinem geschmack ist das war so um die zuhörungen ach so da ich sehe ich sehe das wort du kannst abbrechen war ich das junge was hast du angestellt da ist man mal eben ein paar minuten da drin ich weiß ich werde kasse lernen ich hoffe das ist in ordnung so viel money haben hier gemacht es ist ein goldfisch verstehst du es ja ein goldfisch es war nicht neben gewesen ja oder dorin wenn man schon mit meinem controller nicht drückt gar nichts jetzt habe ich dann auch gesehen ich glaube sein kontrolle hat einen weg wir sollten reingehen ist das nicht schön da wie fluchen der karibik die flug in der karibik meinst du meinst du da haben kommen die entwickler von möglichst menschen da etwas abgeguckt total du mal so als jetzt den ganzen film mal guckt ich aber ich habe ihn auch nicht gesehen wo ich bin mir nicht sicher ich glaube ich hab dir mal im ersten habe ich mal irgendwann mal so aber ich kann mich gar nicht daran erinnern dingens was nur der wird so einen untoten irgendwann der untot ich glaube das war aber da weiß ich auch nur von kingdom hearts also ich glaube das war der zweite zeichnis meines ist es ist ich bin mir nicht sicher aber so nein 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 tun mir nicht wie die kokosnuss gegen die birne bauen ja wer hat die kokos ist glaubt naja ja das ist noch gruselig das wäre mich jetzt auch irgendwie dich an die kurs die chaos uprising wusste auch diese falschen tonen gibt die irgendwie zu haben das sexy beine kraft ja dann würde ich daran sind ja sie haben wir sechs beine ich wüsste auch noch welche welt der sexy bein hat ich sage nicht wen total schwer in höheren schwierigkeitsgraden ja klar ich habe ich habe nur ich habe wirklich nur versuchen und auf 60 zu schaffen alles das ist schwer kaputt ich bin voll am tisch fest hallo da dürfen wir ihre bestellung aufnehmen dass du was darf sein ich bin big mac gibt es hier nicht auch machen möchtest du was anderes nein ich gehe nicht weg ohne ich bevor ich nicht mein weg wir sind eine eis die wisse ich gehe nicht weg aber das ist aber das ist eine schöne statu wäre ja irgendwie irgendwie zu schade rum wenn wir sie kaputt machen ich habe das mit einer anderen weise gemacht was sie kaputt nein nicht die palmen ok ok noch darf oder auch nicht nach der hat nicht mehr gelebt ganzen videos wurden die vario im autounfall ist ja stimmt ja ja gar nicht oh my god ich bin dann auch für waluigi kommt irgendwann aus mensch mit den neuen feiner passt auch wenn er schon der helfer ja so aber kaum gibt es ja auch als spielbank hat obwohl der teil einer ultimate ist ja dann habe ich irgendwie damit mich irgendwie verwehr ich dachte wird müssen wir jetzt wirklich doch da ist das kleine verzögerung ja gut bitte wenn du mein geld nicht willst geld heißt das wenn wir länger offen haben bekommen wir noch mehr von eurem geld logisch ich habe mich ein bisschen schwer vergetan die letzten zu finden ich glaube sogar ich weiß wo das letzte juwel ist die kokos ist gar nicht mehr runter gekommen die kurs ist nicht runter gekommen die ritter der kokosnuss das ist ein ziemlich seltsamer film dem muss man sogar mehrere male gesehen haben damit man den versteht das sind aber so dass genauso wie beim leben des brein das genauso da sind wir schon mal gesehen nicht sagen wir sagen wir irgendwie was der name glaube ich ja wollen wir dran ziehen ja es ist weg ein geistig ein geistig ist aber wie lange willst du noch in der kleinen fantasie welthausen oh mein gott ein riesiges schiff ja ich wollte schon sagen war mir nicht sicher ich glaube wir sollten nicht ganz so nah an dem schiff stehen doch freundlicher aus ja du vielleicht nicht aber ich trappe nämlich einfach ab ja du auch nicht jetzt gar sagen es wäre jetzt gerade böse enden können ich weiß nicht ich weiß nicht genau ob das man soll aber ich glaube wir sollten drauf gehen hallo hallo da sind der ordnungsdienst wir kommen es öfter unser captain den schnappen wir uns ja auch sie das an noch ein unbedeutender unbedeutender charakter die waren müssen ja da sind die echten auftrag wäre ja da ist das was ist gesehen was was wir werden uns das nicht gezeigt hat hätten wir nicht in ruhe gelassen aber okay ich muss das mal ein auge ausreißen weil wenn knopf brauchen ja also nebenbei ach so schnell diese tnt fässer die die werfe die ganze zeit schmeißen müssen wir in die reinwerfen also ich würde die zockwerden ich nicht dass er uns irgendwie dinger gibt okay das ist ja irgendwie wie man hey geister wirkt mal was haben machen okay das ist ausreichend aber weil wir das passiert könnte der schützt sich dabei ist bei dem anderen auge ich werde lassen einfach erstmal angreifen das war das sind einfach angreifen ich habe gerade gesagt dass ihn angreifen doch jetzt ich wollte auch eine merkwürdige form aber diese peter fast gegen die gerne es hat nein ich den solltest die fässer fressen alter man geht noch mal weg der ist immer zu voll von dir da kann er gar keinen hunger mehr auf dem nachtisch wenn wir nehmen sein mund das andere fast explodieren zu das andere zum explodieren gemacht da werden gabin herzchen ich habe mich begann hey fisch gesicht aber hat sich wirklich aufgeschlitzt ja ich brauche ein paar herzen wenn es geht böse außen schreien und zwei herzchen ich brauche die nein ich habe sie ja du musst dich festhalten wir haben zwar so gut was ist nicht gut genug besitzt wird leichter ist in meiner hand exklusiv gott von gott von gott herzchen 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 das merkt man sich sammeln da rein jeder vorne ich nehme ich immer wieder um hat die fest ist ja auch der bus ist cool ja irgendwie schon ich bin wieder da da meine war erster da ist er und wir sind hier das kämpft ja also ja was ich bringen müssen habe ich mir gedacht gott gewick der mich da so was getroffen ich habe ihn klappergebiss 13 das letzte pappel werden wir noch den tonen wenn er ist unser hundi wenn er wieder rund roll uns geholfen da kann ich ich glaube dass ich glaube dass der hier ist deswegen lasst uns alles zerstören warum 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 ist er schon und wenn wir auf das noch nicht auf den lagen und das ist eine schatzkarte von dem juwel das haben wir schon eingesammelt ich habe ich stark gerade so über den boden wir können ich ja kein ding dran machen letzte dinge sehen ich hier das wäre gewesen ich habe mir das tod von uns und darunter kommt aber nicht zu sein müssen wir sind gut gemacht luigi du hast den dritten tod gerettet auf dieser tod soll am besten bei mir im labor abwarten bis sich die sicher dass ich die sicherheitslage im hotel verbessert also bringen zum aufzug luigi aber das machen wir erst im nächsten bad aber erst mal so und wer ist mir die nächsten raum hier mit gespeichern können beim moment dachte ich wäre es du ja ich bin du ich bin du und du wirst dich was weiß nicht da kommen wir da oben sagen dazu wir könnten den tod aufschießen doch man das nicht mal da gibt mir noch ein versuch ja da ist ein ok ok und auf den ding ja schön gut dann gehen wir noch in den nächsten raum und dann war es für diesen was ja 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 nach den anker kann man denken wie sonst wasser oder ich stelle bei einem oder sondern bis zum aufzug bringen sagen ja wohl gegeben hat es noch so ein wenn schon denn schon jeden steigen genachten ist irgendwie geordnet aber man die erreichen kann also man kann eine edelsteine eigentlich so erreichen aber wir bräuchten sowieso noch nicht aus wo soll man denn die club das hier kann man irgendwie sporten naja 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 ärgerlich ärgerlich auch zum auftragen auch zum atem zum atem auch zum Atom auch zum atem auch zum macht sind auch zum atom auf zum atem du gehst rein ja das war schön gelassen ist eine kleine panne gegeben aber die situation ist unter kontrolle wirklich wir werden schon bald gefangen habe ich wollte allerdings etwas mehr zeit ich glaube könig buch ist verärgert kann das sein die tot sind allesamt gerettet fehlen nur noch prinzessin bischof mario wohin sind die wohl gemacht worden wir sind ein gutes stück näher luigi setzen wir doch den knopf ein nein und dann finden wir raus wo es im nächsten pötchen geht die unglückszahl 13 der nächste wäre der fitnessbereich gott und das stimmt ja und es ist eine hassebene gut dann geht es im nächsten part in den fitnessbereich ich freue mich nicht drauf ich wackele die ganze zeit hör auf damit ich bin so wackelig sauglocke dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn wir ab nach etage 13 gehen auch irgendwelche abschließenden worte dann voll durch durch das war nicht bewusst nicht dadurch ja war ja ok ja ja brav ja ciao Untertitelung des ZDF, 2020